Mein Name ist Alex Eisenmann, ich bin Verkäufer bei der Firma Polster Möbel Fischer in Bad Reichenhall. Das Tolle beim 100% Club ist meiner Meinung nach die Kontinuität. Wir alle kennen diese Verkaufsseminare, die dauern einen Tag, die dauern zwei Tage und die Motivation dauert eine Woche, vielleicht zwei Wochen, wenn es hochkommt. Beim 100% Club, der zieht sich über ein komplettes Jahr. Wir bekommen täglich eine kleine Aufgabe zu erfüllen. Wir haben jeden Freitag eine Telefonkonferenz um 7 Uhr morgens, das heißt früh aufstehen, für unsere Verhältnisse. Das ist der Riesenvorteil dabei. Man wird quasi gezwungen dran zu bleiben, es gehört aber auch ein gewisses Durchhaltefügung dazu. Wer nicht bereit ist, wirklich Energie zu investieren und wirklich über ein Jahr kontinuierlich zu arbeiten und sich zu verbessern, für den ist der 100% Club nicht geeignet. Für alle anderen ist es das perfekte Medium, meiner Meinung nach. Der 100% Club ist empfehlenswert für jeden, der mehr erreichen möchte. Egal auf welchem Niveau das jetzt momentan arbeitet, ob er jetzt der Beste in der Firma ist oder im Mittelfeld mitschwimmt, jeder kann sich steigern, wenn er die entsprechenden Aufgaben auch wirklich bearbeitet. Wenn er sich einbringt, im Endeffekt jeder Möbelverkäufer, der wirklich einen gewissen Ehrgeiz hat, für den ist das das Richtige.